Chris Co. ist ein Solokünstler, der mit seinen einzigartigen Texten und seiner eindringlichen Musik die Menschen fesselt. Definiere deine Musik mit drei Wörtern. Okay, super cooler Rock. Seine Musikvideos sind immer wieder Gesprächsthemen, da er mit seiner Kunst die Menschen berührt und zum Nachdenken anregt. Dieses Musikgenre geht gar nicht. Volkstüme. Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Ein Bier? Welches Laster hast du? Bier? Dieses Gericht kann ich besonders gut kochen. Das einzige was ich besonders gut kochen kann, das einzige was ich überhaupt kochen kann, Nudeln. Mit seinem außergewöhnlichen Stil und seiner unverwechselbaren Stimme hat Chris Co. bereits eine große Fangemeinde um sich geschart. diese drei Dinge muss ich in meinem Leben noch erledigen. Rockstar werden, Rockstar werden und Rockstar werden. An welche Weisheiten deiner Mutter erinnerst du dich bis heute? Wasser trinken, nach einem Apfel gibt Bauchweh. In wen warst du das erste Mal verliebt? So geht's gar nicht, weil ich schaue sicher zu. Für welche Eigenschaft an dir erhältst du oft Komplimente? Für die Ruhe vielleicht? Was magst du an deinem Heimatort? Die Ruhe. Wenn du mit einem Künstler zusammenarbeiten könntest, wer wäre das? Cool war ein Jack Kröger von Nickelback. Da sind wir auf Englisch nur. Also du musst es in Lautschrift aufschreiben, dann würde es passen. Nickelback. Was steht in Zukunft musikalisch an? Also der Plan ist jetzt, dass ich alle zwei Monate ein neues Single rausbringe. Danach würde ich gerne eine Band zusammenstellen und ein bisschen Festivals spielen. Wir sind gespannt darauf, welchen weiteren musikalischen Weg Crisco einschlagen wird. Das Team von QTV wünscht ihm jedenfalls alles Gute dafür.